Rote Rosen, über das Haareschneiden im Sommerurlaub Fans der ARD-Tageszeitung Rote Rosen müssen sich nun sechs Wochen gedulden, Geschichten aus Lüneburg kehrt erst am 24. Juli in die Premieren-Sendung zurück. Drei Wochen lang testet die ARD ab kommenden Montag ein neues Format rund um Haustiere in der 2,22 Uhr Sendezeit, der WDL.de berichtete. Die dann zur Übertragung der verlängerten Tour de France genutzt wird. Für Rote Rosen ist es die längste Abstinenz ihrer Geschichte. Die Serie teilt sich am Freitag mit einem Gesamtmarktanteil von angemessenen 12. 3% und einem ebenso respektablen Marktanteil von 5,3% bei jüngeren Zuschauern. 910.000 wird linear betrachtet. Der langfristige Trend zeigt, dass die Reichweite des linearen Programms deutlich zurückgegangen ist, zuletzt auf unter eine Million regelmäßig. Es ist unklar, ob die Personalausstattung der ARD-Mediathek in gleichem Maße steigen wird. Die ARD hat zuletzt regelmäßig darauf hingewiesen, dass die Tageszeitung auf Abruf erfolgreich sei. Der durchschnittliche Gesamtmarktanteil liegt in diesem Jahr bisher bei knapp über 11%. Wenn dies nach der Pause so weitergeht, behältst die Serie zum vierten Mal in Folge die Nummer 11 mit vorangestelltem Komma bei. Storm of Love bleibt übrigens noch drei Wochen in der Sendung. Danach haben auch die Bichelheimer Geschichten eine Sommerpause, die nur drei Wochen dauert. Folge der Telenovela aus und erreichte damit einen Gesamtmarktanteil von 11,9%. Am Freitag strahlte das erste die 4049. Bei jungen Menschen wurden knapp 4% identifiziert. Die Gesamtzahl der teilnehmenden Zuschauer betrug 1,03 Millionen. Um 16.10 Uhr folgte Kräse vor, dass sie mit deutlich niedrigeren Werten. Wobei die Reichweite unter eine halbe Million fiel und die insgesamt gemessene Rate bei 5,2% lag. Nicht nur die letzte Folge von Rote Rosen wird freitags ausgestrahlt. 15 Folgen von From Hedge to Hedge wurden kürzlich angesehen. Am Freitag endete auch ein RTL 2 Test. Da an Pfingsten eine Folge abgesagt wurde, kamen am Freitag ab 16.05 zwei Folgen dazu. 3,6% der traditionellen Flirts. Sie erreichten 5,2 bzw. RTL 2 dürfte also eine sehr positive Bilanz ziehen. Die Dokumentarserie war erfolgreicher als andere Experimente, die am Vorabend durchgeführt wurden. Besonders am Mittwoch, als sogar mehr als 6% genesen waren, zeigten die bunten Bettgeschichten ihr Potenzial. Im Durchschnitt hat die 15-teilige Staffel derzeit einen Marktanteil von 3,7% in Bezug auf die gezielte Grippe. Allein in der vergangenen Woche ist Fans to Fans um etwa 4,5% gelandet. Marktanteilstrends, von Zorn zu Zorn, bunte Bettgeschichte Köln 50667 hatte einen schwächeren Tag. Nach 18.05 hätte die Seifenoppe 2,1% erreichen sollen, eine Stunde später stieg Berlin, Tag-Nacht auf deutlich bessere 5. RTL 2 hatte einen guten Start in den Abend. 2% Stand 20 zu 15 Uhr hat der Film Hänsel und Gretel, Hexenjäger 5,4% verdient. Damit liegen sie weiterhin hinter Vox, wo gut bei Deutschland erneut gute Einschaltquoten hat. Diesmal beträgt der korrekte Wert 7% für die Jüngsten, die ab 20.15 fahren, Gesamtspanne 0,62 Millionen. Zunächst müssen einige Folgen von Criminal Minds über Kabel 1 beschleunigt werden. Von Beginn der goldenen Stunde anstieg die Profiler-Linie nicht über 2,3%. Nach 23.15 verbesserten sich die Werte auf durchschnittlich 5,5%. Nachts ist es sogar noch höher. Ein innerhalb von 2 Stunden Versen Data Edit erreichte 12,7%, Kurznachrichten durchbrachen danach sogar die 15% Marke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Chrome ist aer테�isch, über purple Vielen Dank.